Hallo zusammen, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben bei Camper X einen Hack-Auszug gestellt. Wir haben zwar lange probiert eine Aktion abbekommen, aber irgendwie war nie das Richtige dabei und jetzt hat Camper X eine Aktion gehabt. Dann haben wir zugeschlagen und dann bauen wir jetzt miteinander auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020